Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich begrüße euch ganz herzlich in meiner Technik-Ecke heute mal wieder mit einem Testbericht. Und zwar habe ich ein paar Apple-Produkte gehabt. Im Test, also ein Apple-Produkt im Test gehabt. Das waren die AirPods 3 mit dem MagSafe Charging Case und wie die sich im Test geschlagen haben, erfährst du in diesem Video. Nach dem Intro geht's los. Viel Spaß. Du willst auch so perfekt gekleidet sein wie der Typ im Video da? Gar kein Problem. Geh einfach auf onyourears.com und bestelle dieses oder viele weitere Oberteile für Frauen, Männer oder alle anderen Geschlechter. Verproduziert aus Bio-Baumwolle und Peter-Approove-Vegan. Das reicht dir noch nicht? Dann gib im Einkaufswagen den Code TECHNIKEKE ein und du erhältst 10% Rabatt auf deine gesamte Bestellung. Also, worauf wartest du noch? Klicke jetzt auf den Pause-Button und folge dem Link in der Videobeschreibung. Aber beeil dich, sonst hab ich gleich alles leer gekauft. Ja, die AirPods 3, Version 3 mit dem MagSafe Charging Case, kosten 199 Euro im UVP. Das heißt, High-End-Kopfhörer erwarte ich hier. Ihr wart's mit bester Soundqualität und besten Funktionalitäten. Und vielleicht schon mal so viel vorweg, die sind nicht für alle geeignet. Aber fangen wir wie immer an mit der Akkulaufzeit. Wir haben eine Akkulaufzeit von 30 Stunden mit dem Ladecase und 6 Stunden Wiedergabezeit bei den Earbuds. Das ist auf jeden Fall mehr als beim Vorgänger, allerdings immer noch im unteren Mittelfeld, zumindest was die Wiedergabezeit angeht. Die maximale Akkulaufzeit ist da schon ganz gut. Wenn man natürlich 3D-Audio aktiviert, das haben die neuen AirPods 3 an Bord, dann verringert sich die Akkulaufzeit nochmal auf maximal 5 Stunden. Es ist dann eher ein bisschen weniger. Wie gesagt, das finde ich persönlich noch immer zu wenig. Aber dass Apple mit der Akkulaufzeit es nicht ganz so, ja, ich sag mal, ganz so wichtig nimmt bei den True Wireless Kopfhörern. Das haben sie schon bei den Vorgängern gezeigt. Das haben sie bei den AirPods Pro gezeigt, bei den AirPods 2. Und insofern, ja, muss man damit leben, wenn man eben sich für die Apple AirPods entscheidet. Die Bedienung erfolgt nicht, wie bei den meisten True Wireless Kopfhörern, über Touchflächen, sondern über Druckpunkte an den Stielen der AirPods 3. Und das ist eher ein Kritikpunkt oder ein größerer Kritikpunkt, denn man kann im Grunde eigentlich nicht wirklich viel damit steuern. Im Grunde bleibt das meiste am Smartphone hängen. Die Verbindung erfolgt, wie man das von Apple gewohnt ist, direkt automatisch mit dem Smartphone oder dem Apple-Gerät in der Nähe. Was ich etwas schade fand, dass immer mein MacBook gekoppelt wurde. Mein Smartphone sich da irgendwie nicht gegen durchsetzen konnte und ich dann immer am MacBook erst mal das Bluetooth ausschalten musste, damit ich dann mein Smartphone nutzen konnte. Das war irgendwie umständlich. Und so bin ich das eigentlich nicht gewohnt von Apple-Produkten. Ansonsten haben wir 3D-Audio an Bord. Ist durchaus eine interessante Funktion, wobei ich sagen muss, ich persönlich habe das nicht häufig genutzt, denn ich nutze True Wireless Kopfhörer hauptsächlich zum Musikhören. Und da ist es dann irgendwie komisch, wenn man den Kopf nach links dreht und die Musik nur noch von rechts kommt. Ich möchte eigentlich bei Musik immer immersiv eintauchen, egal wo ich bin. Bei einem Film ist das vielleicht wiederum was anderes. Da ist 3D-Audio vielleicht schon eine ganz interessante Sache. Ich persönlich, ja, nettes Feature. Ich habe es jetzt nicht genutzt, aber es ist dabei. Es funktioniert gut. Insofern kann man das als positiven Pluspunkt dazu rechnen. Der Tragekomfort hat sich natürlich geändert zum Vergleich zum Vorgänger. Sie haben sich von der Form geändert und dementsprechend auch vom Tragekomfort. Und ich zeige das mal, ich setze sie mal ein. Sie sehen ansonsten gut aus. Sie sitzen sehr fest im Ohr. Das heißt, gerade für Sport sind sie sehr gut geeignet. Allerdings ein großer Kritikpunkt oder ein großer Kritikfaktor, den ich hier habe. Sie werden nach einer Zeit doch schnell unangenehm. Also so nach 30 Minuten empfand ich das eher als unangenehm und musste ich dann doch mal eine Pause einlegen. Das bin ich von ihr, war es nicht gewohnt. Das kommt auf jeden Fall, denke ich mal, von dieser neuen Form, die man jetzt eben inspiriert ist von den AirPods Pro. Das ist dann irgendwie, ja, nicht optimal gelaufen. Da hätte ich mir doch irgendwie mehr gewünscht. Das ist vielleicht auch eine persönliche Einschätzung. Sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der sagt, bei mir sitzen die super und ich kann die stundenlang tragen. Ich konnte das nicht. Das konnte ich aber beim Vorgänger und insofern bin ich da ein bisschen enttäuscht. Genauso wie übrigens von der Sprachqualität. Denn die Stimme ist erstmal klar und angenehm. So weit, so gut. Allerdings nur in leisen Umgebungen. Sobald die Umgebungsgeräusche lauter werden, ist man eigentlich nicht mehr wirklich zu verstehen. Man muss sehr laut sprechen dann. Denn Umgebungsgeräusche werden zumindest nicht aktiv ausgeblendet. Und das ist ein bisschen schade. Insofern leidet da doch sehr die Sprachqualität unter. Und auch klanglich konnten mich die Airpods 3 nicht so richtig überzeugen. Die Bässe sind okay. Die Mitten sind ebenfalls okay. Auch wenn mir da hier und da Details fehlen. Und die Höhen sind viel zu warm. Wenig brillant. Wenig, ja, klar. Also da ist irgendwie insgesamt die Abstimmung nicht 100% optimal gelaufen. Da haben mir doch einige andere Earbuds in den letzten Monaten besser gefallen. Und gerade wenn ich hier in Earward die Airpods für 300, pardon, 200 Euro habe, dann wünsche ich mir da doch auf jeden Fall eigentlich einen sehr ausgewogenen, exakten Klang, wie ich das von den Airpods Pro zum Beispiel gewohnt bin. Das können die Airpods 3 irgendwie nicht so richtig liefern. Ich weiß nicht, ob das jetzt an mir lag. Ob das eine persönliche Einschätzung ist. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich mit den Airpods Pro eigentlich sehr zufrieden und bin das mit den Airpods 3 beim Klang nicht so. Und insofern, das ist okay. Der Klang ist okay. Und um die 100 Euro würde ich sagen, ist ein guter Klang. Aber wir sind hier eben bei 200 Euro. Und da spielt der Preis nun mal mit. Ja, man zahlt für Apple mit. Aber in dem Fall ist es nicht gerechtfertigt. Und das ist auch das Fazit von dem ganzen Kopfhörer, von den Airpods 3 insgesamt, meiner Meinung nach, zu überteuert. Die Funktionalität ist nicht weit genug, läuft nicht weit genug. Nur 3D-Audio, kein Transparenzmodus. Wir haben eben nicht alle Funktionen, die wir mit dem Earbuds selbst ausführen können. Und dann gibt es hier und da einfach Kleinigkeiten, die mich doch stören und die bei 200 Euro nicht sein müssen. Und insofern kann ich aktuell keine Empfehlung für die Airpods 3 aussprechen. Zumindest nicht zum Originalpreis und auch nicht für Menschen, die kein iPhone besitzen. Für die schon mal gar nicht. Das war es von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Wenn ja, dann lasst gerne einen Daumen hoch da und abonniert die Glocke. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Ich bin Julian aus die Wienstechnik-Ecke. Ciao. 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 Ciao.